Sooo, mal sehen was Folge 39 bringt. Auf jeden Fall ein Psi-Test mal wieder und eins weisen sie es sogar. A round of final tests complete. View the results. No gift. Hey yeah. Hm, bis jetzt im Psi-Labs. Wenn könnte ich denn noch testen. Ich könnte Reaper Man testen. Ich teste mal Reaper Man. Noch irgendjemand? Ich kann den mal testen. Den brauch ich eh nicht. So, zwei Firestorms noch. Der ist nicht immer fett. Der ist nicht immer fett. Ich denke wir haben nur das Spielfeld gespeichert. Der ist nicht immer fett. So, muss ich mal gucken, wo sind die stationiert. Hangar? Wie Shiplist? Avalanche Missile will mich verarschen. Mit den Loadout Laser können. Lass mal einen Cannon. Avalanche Missile ist ausgeliefert. So. So. Nein, Hangar. You shiplist. Ne, den transfere ich jetzt. Raven? Raven? Asias, ja. Wo hab ich denn noch? Oh, sie sind. Aerospace development with a single ship Hangout, your shiplist Transfer nach Asian Afrika habe ich noch einen Plasma Cannon Afrika habe ich noch einen Laser Cannon Jetzt werde ich noch mehr davon herstellen We have done some big things here But I have to admit My team and I are most proud of the work we put into the firestorm Foundry, was kann ich denn hier noch so machen Tactical increase needs for tactics These will enable soldiers to bring a second item into battle Flamethrower Scope upgrade Stairsatellite Okay, meine Soldaten wurden nie abgeschossen Improved Midi-Kit Hairy Weapon Plattform Drone Capture, Amour Conservation Amour Conservation I will send you word to the Foundry crews now You can follow their progress remotely from the project queue in Engineering Carry on Send Extraction Squad Launch Mission Excellent, we look forward to seeing your progress Yes Added Lowload Make Items Available Hm Mö Habe ich noch Geld für... Engineering Build-Man Items Titan Armour Titan Armour Mö Wird die gerne Ghost Armour benutzen glaube ich Mö 227 Mö 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 Halt mal 10 von jedem für irgendwelche komischen So Engineering 2 Items würde ich eigentlich bauen Achso genau, eine Ghost Armour, Manufaktur Braille Gun, Medi-Kid Covered Extraction, Send Extraction Squad Launch Mission, Added Loadout, Explicos Armour Customize, davon gibt es keine Armour-Deko Sehen wir, was die Ghost Armour bringt Ich hoffe, sie wird unentdeckt bleiben Lange sie Entdeckung hat Beginne Sword We're heading into China for the next operation Exalt has a cell working from inside their borders Strike 1 will provide cover while our operative acquires the Exalt intelligence we're at So Wieder die gleiche Aufgabe Oh cool Ja ich weiss doch We must survive if we have any hope of retrieving that data Objective updated I was doch I was doch That's affirmative Later That fucks Moving out Lass mal mit meinem Offertschiff da zusammenkommen Meinen Big Daddy mal hinschicken hier Da bin ich lieber Big Daddy So Ghost Armour Das ist irgendwie eine Animation für wenn ich Unsichtbar wird Nö Anscheinend erstmal nicht Fallen Ass Move 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 Lass mal alle zusammenkommen Ja genau, ein Hound-of-Overwatch. Und du bewegst ja nur schnell. Oh! Bin ich nicht mehr vielleicht bewegen sollen? Ehhh... 6... und erstmal einen töten. Bob! Servus! Okay. 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 Die könnte auch noch weiterlaufen. Die kann ja eh nichts mit mir machen. Let's do this! Okay. Okay. Die kann man halt anstellen, wenn man so ein paar Mal nicht hinkommt. Okay. 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 ist jetzt frank aus wird denn jetzt frankiert 73 so nice direkt weggemacht 62 und 62 so wird der heavy typ der auch direkt tot ist super glück wo man ist einfach richtig fett gerade am abgehen ich habe es gebrauchen es ist einfach nur übelst gemeint So, das ist natürlich Quatsch. Das ist immer 30%. Was ist denn die mit Laserpiste? 70%. Perfekt. Die hat sich noch gar nicht bewegt. Ich bin auf dem, Commander. Flump. Mein Big Daddy. Nüt, 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 nüt. Ne, bitte mal so rum. Da, so hin zu ja schon. Unsere Operative ist bereit, zu hacken, einen der Exalt-Relais, Commander. Wir müssen nur aktivieren, und das Daten wird unseres. Oh, so, das ist einfach Overwatch, alle setzen. Overwatch, Overwatch. Okay, nachladen. Nachladen. Äh, andere Waffe. Overwatch. Perfekt. Commander, we've got a wave of new contacts moving your strike one's position. Guck, dass ich da jemand auf Overwatch hab. Nein, der hat grad 17 Schaden gefressen. Ach, weil die auch noch geschossen haben. Yay. Ähm, ich würde da gern hacken. Oh, schick. Wir hacken den Relais, Commander. While also disrupting Exalt's Kommunikationssystem. We'll need to keep looking for any nearby Relais to get the remaining data. Ist ja schon irgendwo hier, oder? Ich bin ja da. Uh. Na, servus. Komm, haus drauf, dass wir uns treffen. Die schick ich auch mal runter. Die schick ich eigentlich eine Nahkämpferin. Die von anderen Waffen zumindest. Ich schick alle mal ein bisschen runter. Wir proben, dass ich mir hauptsächlich die hier... Na. So. Ist die jetzt nicht sichtbar oder sieht die nix? Ich bin sie selber nix. Und, hopps. Easy peasy. Und die geht. So. Big Daddy on. Big Daddy on. Big Daddy on. Ich bin einfach nur, weil er kann. Aye, aye, Commander. Bin unterwegs. Oh. Wenn in full cover, dann krieg ich die Animation. Also, wenn die sozusagen unsichtbar ist. Was ist hier irgendwie nur für full cover? Guck mal, ob hier denn irgendwas sein könnte. Rechtsscanner. Go, go. Nö. Da ist nix. Da ist nix. Lauf schon. Lauf. Ich weiß, es war sexistisch. Es tut mir leid. Und du guckst mal hier nach hinten. Sicherheitshandlung. Affirmative. Im Allmarsch. Go, go. Bisschen abdecken hier in alle Richtungen. Hm. Hm. Du bleibst mich mal hier in der Mitte stehen. Oh, du bleibst mich mal hier. Exalt hat additional Reinforcements moving on strike one. Yay, Gegner. Cool. Und tot. Oh, nicht tot. Ja, sie hat verfehlt. Oh, das krieg noch einen rein. Oh, ich will keine Munitionen. Verschwinden, so richtig. Und. Negaforst. Und. Und. Ich weiß, ob ich mich so selten nachladen muss, weil ich jetzt hier dieses Ammo sparen erforscht habe. Und hacken. Hallo. Hallo. Wir haben das letzte von den Daten bekommen. Wir müssen nur unsere Operative zur Evac-Zone kommen. Ich weiß. Neue Objektive bekommen. Verstand, Tika. Wir holen die falsche Exalt-Force nahe der Strike-1-Position. Yay, Gegner. Ich will jetzt mal einen Reaction-Shot. Also. Ich will, ich will jetzt mal schossen. Naja. Ich hab den Leben schossen. Zack und weg. Zack und weg. Oh, ist das Loch tot. Ah, mein Sniper hat's gemacht. Sehr gut. Krieg mir ein Sicht auf den. Schade! War knapp. Hier oben war noch einer, oder? Okay, der kann sich wohl dann bewegen, würde ich vermuten. Mit der Bewegung. Mal auf Run & Gun gehen und gucken, ob ich oben irgendwas sehe, ob ich irgendwie in die Reichweite komme von denen. Nö. Komm ich nicht. Dann Overwatch. Und versteckt. Ich bin auf dem Weg. Komm. So, versteck's mal so schön in der Ecke. Hier ist ja... Das kann man schwächter mitkriegen. Big Daddy! Go, go, go! Der wird zurückfahren. Nix da. Wird schon hier geblieben. Und da ist mein Reaction Shot. Sehr gut. Und der geht vorbei. Nicht so gut. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh! Das ist ja auch noch jemand! Komm her! Komm her! Wenn das tue? Die Laufentistung ist nur ein Schleymann zurück. Okay. Komm her! Ich bin weg. Die Laufentitschläge sind! Sie haben sich da! Bäm! Taken care of! Siege bestätigt! Hm... Sgt Holmes... Er ist echt... Achso, ich geh doch nach einem halben Cover. Er hat jetzt echt wenig Leben, muss ich mal so sagen. Au! Mein Big Daddy! Uh, Schießtugament! Au! Er hat ja nur 10 Leben. Hallo Kumpel! Ich mag die Faust! Und... Bäm! Oh! Macht er mit nur 9 Schaden! Der ist nicht so cool! Ich bin unterwegs! Ich bin jetzt echt da runter? Okay... Ich spring auch einmal zwei Etagen... Aus, runter. Padatz! Und... Tschüss! Sechzig ist nicht so viel... Zum Glück ist ja nicht auch Overwatch... Wir haben unsere Covert-Operative mit den neuen Daten an der Extraction-Ponten. Der 1 kann entdecken in der Evac-Zone zurück in der HQ-Zone zurück. Oder bleiben und sich die Gebäude aus den restlichen Hostiles aus. Wir haben ein neues Objektiv. Ne... Da kommen wir nicht hin. I'm on the move! Und... Zack! Das ist cool an dem Glätterhaken. Achso! Ich muss erst aktivieren, mein Ghost. Das hab ich nicht so verstanden. Ach, ich brauch das Support. Hehehe. Ui... Hey, ein Treffer! Hm. Der wird wohl kein Treffer werden, vermute ich mal. Ne, bei 40% war das ziemlich klar. Das ist doch riesen-kacke! Und da ist mein Overwatch. Na, leider nicht drin. Das war doch immer Watson, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Flankieren mich und treffen mich trotzdem nicht. Noop. Ich bin auf dem Move! Mhm. 47%. Das ist wohl nicht so viel. Das ist bloß jetzt erstmal wegen der Holo-Target-Ding. Ich mach die Fehler mit dem letzten noch nicht mit, was ich letztens noch nicht noch mal. 50%. Nimm mich nicht. 51. Sehr toll. Perfekt. So schnell geht's, also die Covid-Operations sind jetzt grad ziemlich easy. Die haben am Anfang echt zu schaffen gemacht, aber jetzt ist es entspannt. Colonel. Confess immunity to critical hits. Killer Instinct. Activating run and gun now also grants critical damage for the rest of the turn. So, ich run and gun, das ich wieder oft benutze. Extra critical damage, nehm ich. Squad side. Continue. 62 kills. Continue. Und jetzt decrypted. Possible exhaust base locations narrowed.